Mein Name ist Marco Steininger, ich bin 43 Jahre alt und betreibe zwei Rewe-Märkte, einen in Wassenberg und einen in Erkelenz-Gerderath. Hier in der Region am Niederrhein schätze ich besonders vielen Bauern, die lokal, regional anbauen und direkt an uns verkaufen. Wir haben einen lokalen Milchbauer, eine Imkerin direkt hier um die Ecke, die uns Honig beliefert, Kartoffelbauern, einen Apfelbauern, eine lokale Bäckerei und eine lokale Gärtnerei. Was den Honig so besonders macht, ist zum einen der Geschmack, aber auch das Gefühl, dass wir damit aktiv was gegen das Bienensterben tun. Die Frau Heimes hat eines Tages mal vor mir gestanden, sich vorgestellt, Hallo, ich bin die Frau Heimes, mit meinem Mann zusammen habe ich eine örtliche Imkerei in Wassenberg. Wir haben uns das angeguckt, hochprofessionell, ganz toller Honig, super Geschmack. Die Kunden haben uns die Gläser aus den Händen gerissen. Die Frau Heimes musste zusätzliche Völker aufbauen, damit sie überhaupt die Menge liefern kann. Ganz tolle Erfolgsgeschichte. Die Frau Heimes züchtet zum einen, erntet dann den Honig, er wird vor Ort verpackt und kommt knüppelfrisch in den Markt. Der Vorteil an regionalen und lokalen Produkten ist, dass wir jeden Erzeuger persönlich kennen. Das ist dann sicherlich auch eine Qualitätssicherung, die auf einer persönlichen Ebene abläuft, die ist unbezahlbar. Gut für dich und deine Region. Gut für dich und deine Rennung. Gut für dich und deine Rennung. Vielen Dank.